Über jemand schlecht reden und die Folgen für einen selbst. Was passiert, wenn du regelmäßig über Menschen, über andere Menschen, über Gruppen auch oder Individuen schlecht redest? Was passiert da? Natürlich kannst du frei über jemand reden oder du kannst frei über jemand denken. Und das ist auch unvermeidlich irgendwo. Natürlich nimmst du Stellung und natürlich bewertest du. Du machst dir nicht vor, dass du nicht bewerten würdest. Aber wenn du wirklich schlecht über jemand redest, in dem Sinne, dass du sie oder ihn diskreditierst und ihn dadurch wirklich vor anderen Menschen schlecht machst, das ist das Wichtige, oder in einer Community, in einem sozialen Netzwerk, dann ist das sicherlich etwas anderes. Und das ist etwas sehr Fulminantes. Das heißt, du redest über jemand schlecht und bezichtigst sie oder ihn zu dem und dem, das und das zu sein. Und der taugt ja nichts und das ist ein Taugenichts oder das ist ein Geldgeier oder was auch immer es gibt. Zahlreiche Themen und zahlreiche Anlässe, die wir im Leben immer wieder da zur Verfügung haben. Und dann reden wir im Sinne eines Tratsches, im Sinne eines Schwadronierens, im Sinne überhaupt eines Redens zu anderen Menschen über jemand schlecht oder wir schreiben schlecht oder wir kritisieren und all das. Und natürlich ist es wichtig, um das nochmal zu sagen, in der Wahrheit zu bleiben, zu sagen, wenn jemand schlecht ist, dann muss ich auch darüber reden. Und zu sagen, es ist ein schlechter Mensch, achte auf den oder hüte dich vor dem einfach so in der Form. Das ist gar kein Thema, dass das eben vorkommen kann und dass man da eben dazu auch Stellung nimmt. Aber wenn das eine Einseitigkeit wird, was in Richtung juristisches Konstrukt Verleumdung geht, also wo jemand wirklich dann das ganze Tal berieselt und sagt, das dort, die da lebt, ist ein ganz schlechter Mensch und ganz fürchterlich und Gott weiß was. Und das auch ständig wiederholt und keinen Menschen auslässt, der ihm begegnet oder ihr begegnet, um das kundzutun und zu diskreditieren, dann wird es eben problematisch. Und dann hat auch derjenige keine Chance, keine echte Chance, aus dem vermeintlichen Schlechtsein oder Problemsein zu kommen und sich selber wieder zu rehabilitieren oder sich selber zu orientieren. Weil die Verstärkung des Schlechtredens stattgefunden hat, sowohl persönlich als auch heute natürlich in der heutigen Zeit ganz stark verstärkt durch so etwas wie ein Internetzeitalter. Wenn ich jemanden diskreditiere, wenn ich versuche, ihn in einer Wahlkampfperiode, wie wir sie ja immer wieder haben, in politischen Systemen zu diskreditieren und zu manipulieren und schlecht zu machen und dadurch abzuwerten und einseitig zu bewerten, dann ist das ein echtes Problem. Dann ist das ein echtes technisches Problem der Vermehrung, also der Verstärkung via Internet, als auch eben des persönlichen Umgangs, wenn man das jetzt persönlich zu anderen Menschen immer wieder und wieder sagt. Das ist ein großer Fakt heutzutage, ein großes Problem, die persönliche Diffamierung, Diskreditierung, Verleumdung, Falschaussagen, all das, was dazugehört und was oft eben auch dann tatsächlich ein juristischer Anlass ist. Aber wie ist das mit den Folgen für diejenigen, die das immer wieder tun? Rechnen die mit den Folgen? Ja, ich habe ja nur gepostet. Ich bin frei in dem, was ich poste, in YouTube oder Facebook und egal wo, in Twitter und all das. Und Achtung, das hat tagtäglich unzählige Beispiele, was ich hier erzähle. Die denken also nicht an die Folgen, sondern haben da nur etwas losgelassen, weil sie ihren Frust oder ihre berechtigte Kritik oder was auch immer so loslassen wollen und einseitig verstärkend immer wieder darbieten. Darum geht es. Also wenn man da nicht loslassen kann davon, dass sich einmal von jemandem sagt, das ist ein Arschloch, der ist ein Blödmann oder ein Dummkopp irgendwo, dann ist das eine andere Geschichte. Das passiert und das ist auch okay so. Dafür muss ich mich eventuell dann auch rechtfertigen. Aber es geht um die Folgen dieser permanenten Verhöhnung, Verunglimpfung, dieses permanenten Schlechtredens und Schlechtmachens, das stattfindet. Welche Folgen hat das für die Betreffenden? Und Achtung nochmal, Folgen, mit denen sie nicht rechnen. Also ich beobachte immer wieder eine Menge Menschen, die das so machen. Und die so unterwegs sind. Und denen es dadurch dann selbst auch ziemlich schlecht geht, weil sie eben das einseitig bedient haben und nicht loslassen können. Und dadurch selber in Problemstrudel geradezu geraten können, die dann da sind. Und die wundern sich dann irgendwo und sagen, mir geht es so schlecht oder ich habe Probleme und warum denn? Ich verstehe das gar nicht. Und wenn wir das so ein bisschen aufarbeiten dann, meinetwegen psychomäßig jetzt in der Beratungsarbeit, dann kommen die drauf und sehen tatsächlich auch oft, oh ja, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich vielleicht zu streng bin, dass ich zu kritizistisch bin, dass ich zu krittelnd bin und das im verstärkten Maße. Und gar nicht bemerke oder gar nicht mehr bemerkt habe, dass ich ja dann auch selber daran beteiligt bin, weil das, was ich rede und was ich von mir lasse und tue und kommuniziere und mich verhalte, das wirkt ja auch in mir, nicht nur in dem anderen. Nicht nur der Absicht dessen, was ich da tue und das absichtsvolle Handeln ist für uns als Menschen immer wieder problematisch. Wenn wir eine Absicht haben, die einseitig ist, die also jemand im weitesten Sinne schadet oder etwas im weitesten Sinne schadet, dann wirkt sich das auf uns selber wiederum aus. Ich könnte jetzt sagen, Karma, kannst du gerne weiterdenken oder dich da kundig machen. Das als eine Möglichkeit, das so auszudrücken. Vor allem hat es aber tatsächlich das, wie ich mich verhalte im Leben immer wieder, hat Wirkungen, Rückwirkungen auf mich selbst. Sich dessen bewusst zu werden, ist immer wieder wahnsinnig interessant und wahnsinnig desillusionierend und ernüchternd und damit eben letztendlich auch heilsam. Weil dann schaffe ich als Ausgleich andere Dinge, wo ich dann wirklich heilsam bin in dem Sinne, dass ich etwas oder einer Person zugutekomme. Und dann habe ich das vielleicht wieder so ein Stückchen ausgeglichen. Aber die Reden, und ich spreche in erster Linie von Reden, von Schlechtreden, wirken sich dann tatsächlich auf mich selbst aus. Und ich muss das irgendwie selber auch ausbaden. Diese Einseitigkeit, die ich mir geleistet habe. Und das ist hier noch ein ganz dringendes Plädoyer für uns alle, die wir immer wieder Gefahr laufen, einseitig über etwas oder jemanden schlecht zu reden. Also ich nehme mal ein Beispiel bei mir selber. Wie gerne reden wir über Politikerinnen schlecht oder Politiker schlecht. Ganz typisch zu sagen, die machen wir verantwortlich. Da projizieren wir hinein und sagen, die sind verantwortlich für diesen ganzen Pandemiescheiß. Und überhaupt auch für die Gestaltung unserer Sachen. Und tun und tun und sind schlecht und schlecht und der ist schlecht und die ist schlecht. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Partei ich wählen soll und all das. Und dann diffamiere ich nur eins nach dem anderen. Und beachte dabei gar nicht, wie oft sich die Menschen wirklich die Mühe machen, egal von welcher Couleur Partei sie sind und Regierungskoalition sie sind, tatsächlich zu regieren und das eben zu geben, was sie geben können in der Art. Und jeder Mensch ist unvollkommen und jede Partei ist unvollkommen. Jede Regierung ist auch unvollkommen. Wir machen immer Fehler. Und die Fehlerhaftigkeit gehört zu unser aller Leben. Für jeden ständig. Immer und immer wieder. Und deswegen vergeben wir auch. Deswegen vergeben wir auch und wir verzeihen. Wir geben eine positive Kritik oder einen Hinweis und all das und all die Möglichkeiten. Aber wenn wir permanent über diese Menschen oder diese Dinge herziehen und sie diffamieren und schlecht reden und künstlich noch ein Stückchen draufsetzen und noch eine Schippe draufgeben, dann haben wir ganz persönlich, jeder der daran beteiligt ist, früher oder später ein eigenes Problem. Und das Problem bei diesem Problem ist dann oft, dass du gar nicht mehr nachvollziehen kannst, warum du Probleme hast in deinem Leben, warum du so schlecht schläfst. Warum du, was weiß ich, was dir geschieht oder sonst irgendwie widerfährt. Und du kannst nicht mehr nachvollziehen, weil du denkst, ich habe ja mein Ding getan, ich habe einfach nur da das geredet. Aber sich dessen immer wieder gewissenhaft bewusst zu werden, was produziere ich denn da so tagtäglich? Was rede ich denn da so über einen anderen Menschen? Was rede ich denn da so her über einen anderen Menschen? Und all die Dinge irgendwo. Das ist interessant. Und vielleicht dann das ein oder andere Mal darauf zu kommen, ja, mei, das wirkt aber auf mich selber auch. Wie heißt der Spruch? Wie ist ein Wald hinein, schallt, so schallt es raus. Kennst du ja, wenn du vor dem Wald stehst und da rein sprichst, und dann huuhu, dann kommt das Huuhu-Echo zurück, vielfach vielleicht sogar in der Art. Wie man in den Wald hinein schallt, so schallt es zurück. Ganz einfaches, profanes, deutsches, wirkungsvolles Sprichwort, an das es sich lohnt, ab und zu mal zu erinnern in dem Zusammenhang. Gerade in einer Zeit, in der alles so frei zu sein scheint. Ich kann alles tun. Ich habe diese Möglichkeiten. Ich habe diesen Space im Internet, steht mir zur Verfügung. Ich darf mich austoben in der Richtung. Ich darf mich kundtun, ja. Natürlich darfst du dich kundtun. Aber in dem Maße des Kundtuns und in der Notwendigkeit und in der Bedeutung des Kundtuns. Also in der Verantwortung dessen, was ich da tue. Und in dem Zusammenhang natürlich in der Zurückhaltung. In der immer wieder gebietenden Zurückhaltung und der Demut auch vor den Dingen. Und nicht nur in der einseitigen Posting und Reinschallen. Und wie viele Politikerfiguren haben wir gemacht, die das so getan haben, selber als Präsidenten oder eben Repräsentanten von etwas, die immer wieder diffamiert haben, Wutreden gemacht haben, Lügen gebracht haben. Lügen, Lügen ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte, nochmal eine andere Dimension drauf, wo man bewusst lügend schlecht über etwas und jemand redet und herfällt. Das hat Folgen für die betreffenden Personen. Ganz ungewisse, ich betone ungewisse, unterbewusste Folgen, die sie dann haben. Und wie gesagt, das Problem bei denen ist, dass sie selbst oft gar nicht drauf kommen, dass man sie vielleicht darauf hinweisen muss. Jetzt halte ich mal zurück mit den Möglichkeiten. Bist du dir bewusst, was du da selber produziert hast in deinem Leben vormals, in diesen Aktionen? Könnte es sein, dass da ein Zusammenhang entsteht oder entdecke das selber in der Form? Das ist ja der Sinn unserer Gewissenhaftigkeit. Wie bin ich mit dem oder dieser Person, dieser oder jener Person umgegangen? Was habe ich da gemacht? War das okay? War ich rechtschaffen? War es einigermaßen gerecht? Oder war das ungerecht? Musste ich das sagen? Und oft, Achtung, muss man das sagen? Also gerade was das Schlechte anbelangt, muss ich auch das Schlechte benennen, den Evil, dieses Schlechtsein, dieses Schlimmsein benennen. Es ist gar keine Frage, um es wirklich auch zu sprechen, auszusprechen. Aber wenn ich das als Selbstläufer mache und mich dadurch selber profilieren will und dann nicht damit rechne, dass ich selber daraus glücklicherweise im Ausgleich des großen Schaden dazu nehme, also selber zur Rechenschaft gezogen werde von etwas Höherem oder von etwas, was zwischendurch ist und einfach eine Wirkung ist. Das ist doch interessant, dass wir in so einer Welt leben, dass wir so verantwortlich sind als Persönlichkeiten von dem, was wir tun in unseren absichtsvollen Handlungen, dass wir tatsächlich damit rechnen können, okay, das muss ich dann selber wieder ausbaden und ausgleichen. Und zum Glück ist das so, also um das mal angesprochen zu haben, über jemand schlecht reden und die Folgen für einen selbst.